Wir sind wieder zurück bei Let's Play. Was ist das nochmal für ein Spiel? Ich weiß es nicht. Sie devischen. Ach cool, Minecraft. Endlich wieder. Das ist Into the Woods. Into the Woods. Heißt das nicht live in the woods? So. Into the Woods, also in den Wald. Into the Woods ist ein Film tatsächlich. Into the Woods ist das irgendwie so Sex mit Schweinen? Kevin in the Woods. Das ist ein Musical-Film, Mann. Ja, stimmt. Geil, Alter. Ja, auf jeden Fall. Da kann der Patrick beantworten, der bei Dirty Dancing mit seiner Mutter war. Ey, das ist voll der schöne Film, Mann. Ja, da wäre ich gut. Hab ich gar nicht gesehen, also. Hab ich zwar nicht gesehen, aber ich würde mal sagen, wir gewinnen heute, ne? Da würde ich auch mal sagen. Curry. Kann man ja mal machen, ne? Ja, zur Abwechslung. Curry, was sagst du so? Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's noch gut. Ich weiß nicht, wie das nach der Session ist, aber noch geht's mir super. Curry, was macht denn der Geditaliappos Curry? Ja, da habe ich erstmal wieder abgekratzt, ne? Also muss ich mich da gar nicht wegschoben. Schön, das Schäferchen von Topper. Das ist das Problem, das wechselt halt wie zum Pilz immer nach, weißt du? Deswegen muss ich da immer dranbleiben, aber... Hast du zum Frühstück gegessen, ne? Ne, das habe ich dir gegeben, weil du eh nichts hast. Danke, ey. Der war gut, Curry, oder? Soll ich mal sagen, dass ich ja bin, oder? Das war ein 360-Low-Scope mit Nachladen, Curry, oder? Nein, komm, jetzt lass mal wirklich hier wie ein Team auftreten, bitte, komm. Okay, Curry. Absolut. Ey, das ist eine deutsche Fußball-Fahne. Was ja viele gar nicht wissen, wir haben uns offiziell für die ESL beworben. Ja, als Moderator. Das hier ist alles nur... Können wir die ganze Wand ablenken? Ablenken. Ich habe so... Ah, aber. Er schießt mich erst mal an, weißt du? Auf Leute, ey. Er hat schon wieder seine Tage, seine Wege gegen die Schranke pupst. Äh, du, äh. Das ist der Team, weil hier, 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 wende. Leck mich. Ja, sorry, das war ich. Ja, wann wir die neue Map übrigens mal hier spielen, da kann ich auch nicht sagen. Haben wir doch. Ja, ich meine aber auch... Wir alle noch mal. Eine Wand brauche ich noch da. Ja, ich mach das. Ich mach das. Du machst das. Tobi ist übrigens von Beruf Schrotthändler. Okay, dann mache ich den Raum hinten im Feld. Ich bin bei B. Alter, da geht direkt los. Hilfe. Alter, was geht denn hier? Ich muss hier weg. Ist da Action oder was? Ja, das ist unkrieg schnell. Okay, okay. Ruhig, 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 ruhig. Leute, ich bin echt alleine bei B oder was? Ruhig, ruhig, ruhig. Ah, passt, du kriegst das hin. Ruhig, das ist ein Premium-Schild hier. Ganz ruhig. Ja, da ist schon ein Aufschlussding, ne, Dennis? Ne, echt? Hast du das aufgemacht? Nein. Ruhig. Tobi, keine Panik. Keine Panik, aah. Ach, Leute, ey. Mit ne Pistole noch, Alter. Dieses Fickloch da unten, das gibt's doch nicht, Alter. Irgendwas gucken, wo ihr euch positioniert, Mann. Fickloch, Sasser. Fickloch. Oh, da kommt ihr durchs Fenster hier? Ja, ja, ja. Das Montagne, das Montagne... Ah, fuck you. Oh, Tobi. Oh, achte, die springen links, Patrick. Hast du ein Fenster, Patrick? Ich hab die Tür. Pass auf, Dennis. Die kommen da gleich rein. Okay, einer, ich sag, wenn die reinkommen, wenn, ja? Hier ist einer. Ich hab, ich hab ihn versucht zu markieren. Alter, was will der? Ja, ich markiere ihn, ich markiere ihn, Patrick hinter dir. Hol dir, hol dir, Patrick. Okay, Patrick hat ihn. Der kommt rein, der kommt rein. Noch einer, ich markiere beide, da sind zwei Leute auf der Seite. Patrick hinter dir. Alter, du kannst hier nicht durchschießen. Okay, da kommen die gleich rein, denke ich mal, Patrick, wo du drauf zielst. Vorsicht, Dennis, links ist auch noch einer. Und rechts ist auch noch einer draußen. War gegen zwei. Du konntest da grad nicht durchschießen hier, Alter? Geh mal auf, Dennis, du kannst hier anvisieren draußen. Nee, wieso? Oh, lass ihn doch durchs Fenster kommen. Nicht, dass er dich irgendwie treffen kann oder so. Kann er nicht, weil du kannst hier nicht durchschießen. Das ist eine durchsachige Mauer. Nee, du kannst hier nicht durchschießen. Nice, Tobi. Ich bin zwar schon tot, aber egal. Okay, komm, die holen. Der lag noch auf dem Boden. Genau, der war angehittet. Achso, okay. Der ist verblutet. Okay, jetzt habt ihr die Karten für euch. Wo ist denn der jetzt? Also seiner? Keine Ahnung, irgendwo muss er auf jeden Fall reinkommen. Dennis lebt noch, ne? Ich springe. Patrick, bleib am besten irgendwo in der Ecke, bis du irgendwas hörst. Ich habe ihn, ich habe ihn hier, hier. Er kann da... Der kann da durchschießen. Links von dir der Gang, Patrick. Hier? Ja, noch weiter, also ganz weiter links. Ja, das ist das Ding. Du musst jetzt wirklich schnell deine Position ändern, weil der ist schon raus. Geh nach rechts. Komm, Patrick. Bleib da. Hat der den Entschärfer? Ja, muss er ja wohl, ne? Oder er holt ihn jetzt. Ne, von da kommt er nicht, Patrick. Lass ihn reinkommen, lass ihn reinkommen. Lass ihn reinkommen, lass ihn reinkommen. Bleib da, bleib da, Patrick. Nicht locken, bleib da stehen einfach. Genau. Der muss... Vielleicht nimmt er ja den Cupgun mit. Lass ihn reinkommen, nicht riskieren, Patrick. 50 Sekunden, über die Zeit bringen jetzt. Komm, kein Stress. Pst. Ich glaube, der legt, oder? Wenn du dich jetzt raus... Nein. ...der legst, dann bist du tot. Bleib ruhig. Der läuft aber woanders hin. Ja, egal. Chill. Du bist mega in guter Position. Bleib da sitzen, Patrick. Nicht riskieren. Zieh den Kopf wieder ein. Der kommt da, der kommt da. Der ist da direkt am Fenster. Nicht riskieren. Ey, nein, der ist da. Der ist da am Fenster. Doch, der ist da. Der wird aber nicht erschießen. 15 Sekunden noch. Alter. Geh doch nicht risky. Bist du doof? Bleib in Deckung. Bleib einfach da, Patrick. Bleib da einfach. Das schafft er nicht. Der stürmt dich jetzt. Ne, nicht hinlegen. Leg dich bitte nicht hin. Ja. Boah, Leute. Payzone LP Deluxe. Leute, Leute. Aber Leute. Patrick, du hättest da viel vorsichtiger sein können. Ja, aber er musste da auf jeden Fall raus. Ja, aber selbst von draußen, du hast eine Schrotwinde und der hat ein Distanzgewehr. Da kannst du doch nicht. Ja, ich hab ja nicht drauf geschossen. Ne, wollte ich doch gar nicht. Aber wärst du da jetzt in der Ecke geblieben, hätte er dich geholt. Also das war schon richtig. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Er musste da weg. Aber ganz ehrlich. Eine Frage, Ubisoft. Wieso kann ich nicht durch diese Lücke schießen und der andere schon? Liebes Ubisoft Entwickler Team, erklärts mir. Ja. Wenn du da schielst, Mann. Das kannst du nur mit dem... ...diesen pass plus. Siehst du aus wie Clarenz, Alter. Ich hab da... Lass das hier in Ruhe. Ich hab da schon richtig gezielt. Boah, das gemein, ey. Hä? Was denn? Ja, nicht schlecht. Ne, nein. Das unterstütze ich nicht. Tschüss. Hä, wieso? Was denn? Haben wir uns gesagt? Was denn? Was meinst du, Tobi? Du hast gerade gesagt, was denn? Ja, nee, nein. Hä? Kommt jetzt, Mann. Hast du halt einen Löffel, oder was? Du hast gesagt, das sieht aus wie Clarenz, Mann. Er ist ein Clarenz. Weil, also Clarenz passt zu jemandem, der Schild. Der Schild. Der Schild. Der Schild. War es frei? Und? Bitt jemand in den Keller? Ich fahr ganz nach dem Ben hinterher, weil ich gucke mir, wo der hinfährt. Das ist keine Ahnung, ne? Erster, erster. Das ist keine Ahnung, ne? Erster, ja, da, wo wir gerade drin waren. Sehr gut, Patrick. Ja, das ist wie schlau von dir, mir hinterher zu fahren. Ach, Ben, du bist ja für mich ein Broman. Jetzt klärt doch mal auf, da mach ich so eine Scheiße, Mann. Curry, halt doch mal die Klappe da jetzt. Wir haben es doch schon, du Nasenbär, Alter. Ja, genau. Hach, ihr Nasenbär. Oh Gott. Polizei, aufstehen. Hä? Hä, was war... Warum laufe ich Dennis hinterher? Ja, keine Ahnung. Ich bin auf Bronze hinterher. Ey, brauchen wir mal wieder deinen komischen Sledgehammer, ey Dennis, ey. Ja, ich hab leider... Kevin, wo bist du? Ach klar. Was machst du da? Ich versuche hier hoch zu gehen, aber... Ich bin ganz klar, dass ich... Hat der Platz nicht gepasst hat, oder? Ach so, ach so. Ja gut. Kann mal jemand hier sprengen? Wir kommen hier nirgendwo rein, aber Patrick, du musst jetzt hier irgendwann mal aufsprengen gleich. Kann er auch mal. Warte, 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 warte. Nee, nee, mach lieber hier. Hast du, hast du zwei, hast du ab dem Zweiter, mach parallel, mach parallel. Äh? Wir wurden entdeckt. Hier auf jeden Fall auch eine. Wo? 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 Was denn? Hier. Ich hab so ne Dings da, Alter, schmeiß ich da rein, Alter. Wo ist die Kamera? Hast du die Kamera? Nee, ich weiß nicht, wo die ist. Ist die das da hinten? Huch. Ja, wo ist die Kamera, Leute? Leute. Ach da, ich hab sie, ich hab sie. Wollte nicht noch einen legen? Ja, die wissen auf jeden Fall jetzt, was wir alle auf dieser Seite sind. Patrick will einen. Nein, kein Legat. Ich hab heben verstanden. Spreng euch mal hier durch gleich. Wir kommen von unten dann. Und... EMP. Kamera zerstört, geil. Soll ich hier auch springen, Dennis? Ja. Wow. Wo ist denn Klappe? Wer ist grad mit mir mit? Und du kannst mit mir mit? Mach mal, Patrick. Ich hab hier gerade Action, ey, aber... Das ist geil. Wir haben hier klappt ein paar, äh, Bronzo. Da können wir, da können wir hier... Du kannst den Fuse reinballern. Ich komm, ich komm, ich komm. Was blinkt, ja? In dem Raum, weil hier ist auch ne Bombe. Ja, wieso kann man das nicht kaputt schießen, was da blinkt? Aua! Von hinten! Was? Warte, ich hol dich. Der war draußen. Ach, der ist da. Harry, wo bist du, Alter? Ich lebe noch. Ach, du bist tot. Alles gut. Bar in dein Gesicht, Mann. Mann, 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 Mann. Ich hab nur noch zehn, Alter. Was? Von hinten? Irgendjemand hat mich von hinten gekillt, Patrick. Oben auf dem Dach. Kommt der nicht immer so ne Meldung, Gegner ist draußen? Ja, eben. Nee, der war ja nicht draußen. Der war einfach da hinten. Doch, der hat mich von hinten gekillt, von draußen. Nee, da hinten rechts ist ne Tür. Was für ne Muschi, ey? Ach, Bronzo, den dauer noch. Nice, Bronzo, nice. Das sind noch zwei Stück, ne? Ja, geil, sag ich. Wenn, wenn, hier, hier ist einer. Okay, okay. Weißt du, ich kann jetzt nicht mehr da hochkommen, ey. Doch, kannst du, kommst du, komm, äh, komm, äh, komm, Patrick. Ja, ich geh jetzt hier einmal rum. Der ist da nicht mehr, oder? Wo ist der? Ja, der ist da reingegangen eben. Äh, wo wurde ich denn schon wieder entdeckt hier, ey? Äh, Ben, hinter dir ist die Kamera. Äh, links, 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 guck mal, links, links, links. Links, da, oder? Nee, rechts, 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 rechts. Dreh dich um, hinter dir. Alter, wo denn, Mann, ey? Rechts, noch weiter rechts, da. Ja, hier, okay. Geil. Da brauchen wir jetzt nicht mehr links. Nein, ich habe ihn doch. Das ist mit Patrick. Okay, sorry. Da ist er, genau, da ist er, wo du gerade, ja. Pass auf, links ist das Fenster auf. Ja, das sind überall jetzt hier. Ey, das sind noch drei, eigentlich. Da ist er, potzibiert. Äh, wenn man zur Hölle, man kann's vergessen. Was hast du denn da für ne Waffe? Das ist die AK, ne? AK, ja. KAK, ja. Das ist links. Oh, yo, dat. Oh, Gott. Entschärfer wurde erneut gesichert. Zehn Sekunden nicht. Der ist doch... Ich breche jetzt die Bombe, oder? Wenn der ist jetzt hinter dir. Ich komme hier eh nicht rein, ne? Wenn hinter dir. Scheiße. Äh, lol. Leider keine Zeit. Geil. Wir sind heute das Elite-Team, Alter. Ohne Witz. Aber warte mal. Ja, geht richtig viel hier immer. Wir haben ja noch... Ey, komm. Wir haben 1-1 jetzt. Ey. Klar, aber... Weißt du Bescheid? Ey, Curry. Weiß doch hin, aber so. Mach mal einen richtigen Zungenschlenzer, Curry. Aus welchem Grund nimmst du eigentlich den Bug, Dennis? Hä? Also, so gut ist der eigentlich nicht, oder? Ich mag den. Der hat eine gute Waffe. Ich kann gut mit der Waffe spielen. Ja, können lieber... Ja, können lieber die Westen gebrauchen, Mann. Ja, dann nimm doch. Frost, meinst du? Nee, Frost ist ja auch schlecht. Aber der Bug ist nicht so geil, glaube ich, oder? Aber das ist letztlich auf jeden Fall sinnvoller fürs Team. Ey, woher wissen die alle... Junge, so viele Leute kaufen Rainbow Six und die... Die Wand brauchst du nicht safen. Die Schwachsinn. Warum hab ich das denn jetzt gemacht? Ich wollte einfach irgendwas schnell machen. Fällt mir hier die Ausgabe. Ja, da ist ein Problem, Mann. Hey, Curry, come on up. Dann lasst uns mal für die Aufnahme gewinnen, ja klar. Vielwillig. Okay, die Wende so richtig zufällig. Abfacht dich den mit deiner Kamera, Mann. Oh, hey. Hey. Wenn hier jetzt noch immer irgendjemand mit der Kamera hochgerollt kommt, dann falle ich den weg. Hey, komm hier. Boah, wie gut hat er das unauffällig ist? Ja, das ist der Fußball, der Curry, hallo. Ja, genau, so steht das Welcome drauf. Curry. Ja. Kann man bloß so schön sein... Können wir hier noch zwei Wände haben? Kann man bloß so schön sein wie du, Curry. Ja, weiß ich nicht, ey. Erzähl mir doch mal. Kann man da irgendwie ein Tutorial machen oder so auf YouTube? Ja, ja, musst du mal hier bei Sami Salami raufgucken. Sami Salami. Mach mal hier eine Wand. Wat? Hier. Wo? Tobi, was hast du denn? Ich schieß in der Hecke oder das Blaridge oder was? Oh, ich hab die... Tobi, ich hab ja den Hedgehot alle. Ich brauche noch eine Wand da. Ich brauche noch eine Wand, bitte. Rames, wo denn, Curry? Ja, Tobi. Vorsicht, da unten ist ein Loch, ne? Den ist weg. Ja, Bonzo, steckt noch einen Pimmel rein. Boah, ich mach die Hautführe hier. Hat auch schon, wenn jemand gefragt hat. Curry, das ist mein Schild hier. So, ja gut, dann mach ich das Fenster. Das geht auch schon los übrigens, ne? Denkt dran, wir haben über uns eine Klappe. Ah, was? Ja, genau, deswegen. Mami. Also hier wurde durchgesprengt. Tobi, du liegst irgendwie kurioserweise auf dem Tisch. Alter. Wie mich. Können wir den Tobi mal bumsen hier? Oh, wie breitbeinig der hier liegt. Ich bin tot. Ah, hey Patrick. Habt ihr dich gar nicht gesehen? Ach, also ich selber wieder... Aua, der schießt sich unten durch die Lucke, der Hurensohn. Ach du Scheiße, ey. Was auch noch? Ey, ich hab nur 13. Jetzt reizt aber mal hier. Leute. Kommt. Was ist hier los? Hä? Der hat mich durch die Wand ge... Junge, ich bin durch die Wand geglitscht? Ich bin durch die Wand geglitscht? Kannst nix machen hier. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Ach, leck mich drauf, Alter. Der wird vom Bilden Hengst getötet. Bronze, der ist tot. Ah, ich auch. Ey, 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 ey. Das ist der Paysat gewesen. Ja, so. Ey. Wie der geiler Brotze gesagt hat, ja, ich auch. Boah, alles geht hier kaputt. Kein Brotze, egal reagieren. Ja, wie. Aber ohne Witz, ne? Es läuft ja richtig gut. Wie kann es sein, ja? Der muss ja richtig gefickt haben, ja. Dass man... Oh, Patrick. Boah, LP, Alter. LP. PayZ. Pay. Double.Z. Das schreibe ich den Titel, Alter. Die haben uns gefickt. Ja, ey, sprich das aus, ne? Aber Curry. Tage, Alter, los. Er nimmt es in den Mund, quasi. Aber Curry. Jetzt haut er einen raus. Was ist denn jetzt los? Kannst du mir mal erklären, warum man mich durch eine Wand abknallen kann? Ich weiß nicht, vielleicht hat er einen Fuß durchgeguckt oder so. Ey, liebes Ubisoft-Team, ne? Ganz normal. Wie oft ist das, dass du da bist. Wenn ich euch mal sehe, die dieses Spiel entwickelt hat, dann teste ich das mal persönlich mit euch, ne? Die dieses Spiel entwickelt hat? Ja, das war eine Frau, oder was? Nein, Mann. Ich liebe Rainbow Six Siege eigentlich, aber das ist echt... Aber du hast was gegen Frauen. Dass man das immer noch nicht... Ja, es kann auch sein, dass ich einfach was zu wohnen kann. Ich schlag die Alex jeden Tag, wenn sie nicht kocht. Hat die auch eine Burka an? Ja, Tobi, was ist da los? Wir sind Montag in Dresden unterwegs, oder was? Ja, locker. Ach, hier, mal. Bar ist auch leer. Hier oben war was gerade, der ganz oben war. Ne, aber mal ganz im Ernst, ey, das kann echt nicht mehr sein, dass man einen durch die Wand noch töten kann. Die Wand war aus Siegelstein, Alter. Siegenstein. Dietlowstein. Ja, Daniel Hartwig hat da den Leben da rumge... Hä, nicht singen Daniel Hartwig mal an. Ich fand ja, im letzten Dschungelcamp sei der Daniel Hartwig irgendwie aus Sieg 12 mit seinen XXL-Hemden. Ja, und, aber der ist Frankfurt-Fan, Mann. Aber der ist auch lustig. Ich mag den. Guter Mann. Ich frage ihn hoch, oder? Ganz oben, oder? Was wäre denn, Tobi, wenn er Darmstadt-Fan wäre? Hä? Dann würde ich ihn verachten. Wo sind die? Drecksmannschaft ist das. Oben. Drecksmannschaft. Ja, was tut das, Curry? Hier oben, in der Verbrückung. Dennis ist eine grüne Waffe, ey. Da ist gerade einer runtergegangen. Das war so gut zu ihm. Die Kamera ist kaputt. Ja, ne? Hm. Gar nicht abgehoben. Nee, gar nicht. Hier noch die Edelsteine. Da ist gerade einer runtergegangen. Hier, hier ist verstärkt. Ja, hier. Hier, selber Raum wie wir gerade. Rands of the night. Oh, eine Überlaschung. Hast du mal oben an ein paar Träge? Hä? Dennis, das geht doch gar... Ach, doch. Geht das? Nee. Nee, das kann doch nicht gehen. Leck mich. Doch, das geht. Warum geht das denn? Dann bin ich gar kein Spezialist mehr. Warst du leider noch nie, Patrick. Warte, warte, warte. Ah, sorry. Noch nicht aufmachen. Nee, mach ich noch gar nicht. Wer ist das denn hier? Bronze. Ach, scheiße. Ah, hast du das doch schon aufgemacht, ey. Ich war das nicht. Okay, sorry. Ah, mein Spiel ist zu schnell gespielt. Ah, hier ist alles jetzt. Wir holen mal ein paar Flash rein, Curry. Flash. Ah. Fuck. 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 Ich hab das Gefühl, dass hier einer in der Ecke sitzt, Leute. Ah, ich hab den noch voll erwischt, Mann. Das gibt's doch nicht. Hier ist einer. Da ist einer, ne? Ja. Ich bin doch auf der Seite, Curry, da beim Links. Ja, ich hab ihn gesehen. Pass auf, Patrick. Ich fall runter. Aber ich lebe noch. Pass auf, Patrick. Da ist einer drin. Kapkan unten Curry, vorsichtig. Die Drecksau, das kannst du mir nicht erzählen. Er kommt, er kommt. Nice, nice. Willst du den Kapkan eben unten platt machen? Patrick, pass auf. Nein. Ach, so ein Mist. Ich wusste, dass er da kommt. Aber ich hatte noch nicht mehr viel. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Geh mal zur Curry holen. Oh, Alter. Was? Lol. Was war das denn, ey? Der wirft einfach das Handy hoch, Alter. Der wirft's halt perfekt, weißt du? Naja. Oh, schön. Nein. Feind draußen entdeckt. Ja, der kommt jetzt. Oben ist auch noch einer. Ja, zwei Seiten da. Keine Chance. War das Matchball? Ne. Okay. Ja, aber ey, warum rennen die denn drauf? Ich hab den gar nicht gesehen, Alter. Das ist so ne Nähmaschine. Oh, Mann. Fuck it, ey. Fuck it, Alter. Fuck it, ey. Fuck it, ey. Fuck it, ey. Fuck it, ey. Machen wir. Okay, ich pack mal die Rüsten, äh, die Westen. Ja, ist wär gut. Der Arsenal, Arsenal Raum. Sicher? Ach, Mann. Sag ich mal nicht, irgendwie alle aus einem Raum oder raus, oder irgendwas. Immer so krass, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, dass die Zuschauer ja nicht wissen, wir hatten vor der auch nochmal echt viele technische Probleme. Und, ähm. Sind bitte Nerven am Ende. Ja, ne, manchmal, äh, ist man so lange am rumfummeln dann, dass sich das dann auch Spiel auswirkt. Also, nicht immer so streng mit uns sein. Wenn ihr ESL Gaming erwarten wollt, dann bleibt hier weiterhin auf dem Channel. Ne, aber ich will, ich will echt mal ganz ehrlich sagen, ich spiel Rainbow Six echt gerne so zum Vergnügen. Kamera kommt da, Bronze. Ja, das lohnt sich, Patrick, hau raus da. Zwei hab ich. Eine hab ich. Entspannter einfach, Leute. Vierter hab ich auch. Und die letzte hab ich jetzt auch. Super. Okay, super Jungs, super Jungs. Tod. Nur noch fünf Sekunden. Ich wollte noch, das ist aber hier. Leute, eine Wand bitte hierher. Komme. Super. Sehr gut, Ben. 3, 2, 1, Brot of the fact none go. Okay, ich komm runter. Herzlich willkommen zurück bei Rainbow Six. Herr, mach zu da. Wir müssen auch echt mal ein Ding holen irgendwie. Oder ein Castle ey. Der würde uns auch viel bringen. Takeshi zu dem Castle, oder was? Ja, ich bin mit Tobi bei, ah ne Tobi ist gar nicht hier. Ich bin mit Patrick, ich bin mit Patrick. Aber niemand bei B? Ich bin mit Patrick. Tobi ist glaube ich bei B, ne? Ne, ich weiß nicht. Doch logisch, bin doch hier. Alles gut, Mann. Ich bin auch bei B. Seid ihr bei B? Okay. Sag mal ruhig, die kommt von hier, die kommt von hier. Klappe, Klappe, Klappe. Okay. Ich bin ruhig. Alter, wie viele denn hier sind? Guck mal. Die kommen alle von einer Seite, Jungs. Sehr gut. Alle fünf hast du gezählt? Wo ist denn das? Das ist hier oben. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, alle fünf. Wie dumm von mir. Wie dumm, dumm, dumm. Entschuldigung. Wo, Patrick? Boah, Alter, ich bin tot. Markier die bitte nochmal. Ich kann nicht mehr. Die haben die Kamera. Ich hab die besten gar nicht platziert. Ich hab's voll vergessen, ey. Zeit für einen wirklichen Schuss. Wie warst du Action? Wie mach ich die Laserbeine Waffe aus? Ah. Kannst du nicht? Nee. Da war einer an der Tür. Nein! Ja, dahinter. Da. Das ist gerade eine vorbei. Der ist nicht tot, ne? Hä? Doch. Ich hab einen erwischt. Sehr gut. Okay, Brons hat auch einen 3 noch. Sauber. Ein bisschen überraschender. Hier, hier, hier. Da ist auch einer mit dem Schild dabei. Ich weiß nicht, ob Brons den erwischt hat. Ja, den hab ich ja. Ah, super. Der bei mir? Achtung, Kevin. C4 platziert. Tünde C4. Nur noch 1. Nice. Aus der Nimmelheide 25, Mann. Born to Lane. Okay, Jungs, das ist unsere Runde. Sehr gut. Noch sind wir nicht draußen. Okay, und der letzte ist noch genau über euch. Okay, lass kommen, ja? Wir sind die John-Cinermann. Immer am Kicker. Tirmite. Pass auf, der hat Schlittergranaten, ne? Ja, aber die sind in Rainbow eigentlich gar nicht so effektiv. Okay, lass kommen, ja? Kann jemand in Kameras gucken vielleicht? Ich guck gleich, warte. Die, 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 die tot sind, nicht wir. Ja, ich mach, ich mach. Ja, wir auch schon. Ich seh nix. Ich hab die Dings hier im Blick, Curry. Er ist irgendwo über euch halt, ne? Ja. Komm, wir machen das, Jungs. Wir machen das, Curry. Wir beide machen das. Ich mein, der ist bei dir auf der Seite, Curry. Kannst du rum nähen, ne? Nein. Ich mach keine Steps. Ja, super. Nice, nice, nice. Super, sauber. Ganz stark, ganz stark. Ey, geiler Kill-Bronzer, das hast du da gemacht, Alter? Oh, ey. Ja, die wollten mich mit Blend holen, dann hab ich aber ein Nitro hinterher geholfen, ne? Ja, das ist der originale Bronzow. Ey, gut, Jungs, kommt. Eine Runde noch, da sind wir wieder gleich auf. Genau, so will ich das hören. Boah, jetzt sind wir mega hart am Limit. Wir haben einen Angriff hier, ey. Dann ist der gleich, ist ein Matchball für die, ne? Ey, ey. Das war grad aber auch schon ein Matchball für die, ne? Das war grad aber auch schon ein Matchball für die, ne? Okay, Leute, wir packen, wir packen abgewährt. Wir kostenloses Pimmel-Krapschen, alle. Nehmen wir einen Baum, okay, ich war's in Montagne. Kommst du mit mir mit mir? Wohin gehst du? Komm, Domi Lager. Lager alle Domi. Ja, locker. In Lagerhalle machen wir dann mit Dennis, ne? Special Forces im Einsatz. Genau. Habt ihr diesen einen Typen gesehen, was wir wirklich das Ziel finden jetzt? Was die Battlefield-Homepage da gepostet hat, von Facebook-Seite, diesen Typen? Nee. Silent Monkey, oder wie der heißt? Nee. Das ist der Hammer, der Typ, Alter. Der spielt das so richtig und gibt solche Funksprüche durch, als würde er halt so richtig zocken. Meinst du, war das mit seiner Mutter da, oder was? Nee, nee, so Tango Down, Tango Down. Ja, ja, das hab ich gesehen, aber es gibt glaub ich auch, ich glaub das ist der selbe Typ, wo er dann genau dasselbe hat, wo er seine Mutter ihn irgendwie anspricht. Oh, ich hab's gefunden, hören. Schön, schön. Ja, das ist die Bar. Das ist so geil, der Typ, Alter. Die Mutter dann sagt hier, bla bla bla, fünf Minuten, dann hat er so fünf Minuten noch, dann irgendwie so, ja, ich hab grad ne Meldung vom HQ bekommen, fünf Minuten bis zum Touchdown oder sowas. Ja, genau, genau, genau. Der Typ ist so geil einfach. Ist das ein Deutscher, oder was? Nee, nee, das ist ein Englischer. Aber der macht so mega. Der macht das so richtig roleplaymäßig, oder wie? Ah, ohne Scheiß. Der sitzt im Helikopter und geht voll die Militärfunksprüche durch. Voll krass. Wie heißt der? Silent Monkey, glaub ich. Dann guck doch mal auf YouTube und schreib doch mal den Kommentaren. Schöne Grüße von uns. Weißt du, so kann ich von den German Nazis. Alter, das ist echt ekelhaft. Ohne B. Ich bin mir noch nicht sicher, es kann auch sein, dass er nicht so heiß ist. Ich muss mal gucken, ey. Guck mal, das Schild kannst du jetzt einfach total vergessen, weil du das nicht brennst. Scheiße, ey. Vorsicht, Vorsicht, nicht da lang. Warum? Ja, weil ich halt wieder diesen Texturen-Fuck hab. Was ist da, Bronze? Ja, kommen wir nicht rein. Weil er will keinen Sledge oder Tomite House. Ich hab, ich hab Springsitze, Bronze. Okay, okay. Ja, ich geh hier lang, ey. Vorsicht, hier ist Action, Leute. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, locker, locker. Alles gut. Kamera oben irgendwo, Vorsicht. Wo? Du bist schon tot, oder was? Die ist, glaub ich, hier über uns, Dennis. Ja, ja! Ich sag's doch noch. Gott sei Dank bin ich runtergefallen. Rechts um die Ecke. Okay, Patrick. Ja, hinter dir. Gott sei Dank bin ich runtergefallen, Tobi. Bin in ein Loch gefallen. Hinter der Tür. Ich bin unter euch. Sprengen, Alter. Sprengen? Nochmal? Kannst du dich sprengen? Ja, mit Termite. Warte, 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 geh mal weg. Geh mal weg. Lohnt sich ja nicht. Ach, ich bin zu offensiv gewesen. Das ist das Problem. Außerdem hab ich Hunger. Außerdem hab ich Hunger. Komm ich denn hier hoch, Alter? Rechts halt schön Typ. Krieg ich den mit der Granate? Mit der Splitter? Nein, 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 der ist zu weit weg. Heiße. Ach, hier. Der ist einer auf jeden Fall. Der geht jetzt weg. Guck mal mir die linke Seite an. Ja, pass aber auf, ne? Kann sein, dass er ihn... Also grad kam auch eine Handybombe von ihm geflogen. Die hat er dann... Wir wissen jetzt nicht, wie viele er hat. Okay, der ist... Hab einen angehittet, hab einen angehittet. Ja, ja, ja. Aber er lädt noch. Boah, ich bin tot. Ich, 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 ich bin noch... Sag, wie ich dir helfen kann. Lukas Baronow. Einer ist gehittet. Einer ist gehittet. Ich versuche jetzt einfach mal kackendreist zu euch reinzukommen. Ne, ne, ne. Das gibt Gas, Dennis. Das gibt Gas. Ich warte, ich warte. Halt die Luft an. Druck F. Sag, wenn sich eine Granate irgendwie lohnt würde. Von links ist Schritte, Patrick. Von links von... Glaube ich. Ja, ich bin tot. Fuck. Hallo. Okay, wir sind jetzt nur noch zu zweit, ne? Das ist scheiße, ey. Ja, dann lass das mal hier machen. Scheiße. Sorry, Jungs. Okay, weil wir müssen wir jetzt mal ganz ruhig, ey. Aber der weiß nur, dass du da bist. Okay, geh, weg, 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 weg. Lass uns das ganz woanders hingehen. Oh, 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 oh. Lass uns ganz woanders hingehen, komm, 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 komm. 1,30 Jungs. Ja, das wird knapp, ey. Ich pack das hier. Oh, hier müssen wir rein sprengen oder sowas. Platz. Ich weiß nicht, ey. Komm, wir müssen uns beilen. Pass auf. Fuck. Okay, komm mit, komm mit mir mit. Voll Schild. Go, go, go. Jetzt durch die Tür, durch die Tür. Geradeaus, geradeaus. Der liegt da vorne. Ey, was ist bei Curry los? Ich hab den zu spät gesehen, der hat nen Bug. Was ist das denn für ne Scheiße, Alter? Kannst doch gar nicht spielen. Komm Curry! Ja, ich konnte nix machen. Aber geil gefightet Curry ohne Scheiß. Mann ey, das ist so behindert mit dem Schild. Was ist denn das für ein Müll? Guck mal. Guck mal, das sieht man aber auch da aus der Ansicht, dass es schwarz ist. Ja, das sieht wirklich schwarz aus. Die Klasse kannst du einfach voll vergessen. Oh, ey. Boah, wir sind mal wieder richtig unterwegs hier, die Rainbow Six Freunde. Mann, 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 Mann. Wenn wir die nächste Folge aufholen, hier machen wir ne Doppelfolge. Das ist mal ne Ansage, oder? So. Ja, krass. Da ist mal was drin, Alter. Hä? Was ist denn? Was ist denn da, mit der, Alter? Ja, was ist denn da, Domi? Da war's Cookingsman. Boah, wie viel hast du da in den Maul, Alter? Da ist eine Packung. Ja, liebe Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Hä, da ist gerade einer rausgegangen? Kann das sein? Dirt. Hä? Ja, fuck. Hä? Fuck. Ja, auf jeden Fall, bis zur nächsten Episode. Und, äh, macht's gut. Danke fürs Vorsinn. Ciao. Und seid nicht so streng mit uns, ihr kleinen, äh, Raketen. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018